Hi und willkommen zu einer weiteren folge super mario one wir werden erst mal ein bisschen win x 10 spielen langer keine folge super mario mehr runtergeladen oder hochgeladen eher gesagt so ist mein level 1 ja auch ziemlich leicht der wand sprung schon beachten schade die ganz oben sein müssen irgendwie machen sollen ich mache ein bisschen ein bisschen leise an immer auf keinen fall laut weil manche leute mögen auch einfach nicht das ist auch das ja auch ganz löst wie so ist da kommt ja noch nein so gut dann wäre es noch perfekt so über drei das ist echt fies ich glaube ich darf das jetzt erstmal so leider keine konnte kommen wir heute im hauptsache wir schaffen das das ist schwierig die welt wirklich schwierig das gebe ich zu jetzt runter sogar drei coins bekommen das ist sehr gut perfekt das ist luigi ich habe gerade gemacht ach schade das ist ja blöd das war echt das war nicht die stelle bekommen jetzt können wir durch jumpen ein der stärksten level ist dafür in uns der stelle zu nicht so hat sie besiegen wird auch ziemlich schwer eigentlich das ist richtig aber eine konnte wir bekommen nur eine kreuz 2 sogar okay ich habe ich am anfang ich weiß nicht mal genau so haben wir einen pils bekommen Oh. Okay. Okay. ich glaube für die ruhigkeit war das ist die tür ja genau so schon geschafft und perfekt das lässt sich sehen ich habe nie gemacht das ist mal die level 9 perfekt das gold im finale kein botkampf das ist gerade ärgerlich gewesen ich dachte dass er sich nicht umlegt da habe ich jetzt kennen drei coins bekommen das ist jetzt ärgerlich naja um diese eine kreuz jetzt auch nicht etwas bonus spiel ein gelbes blumenbeet haben wir bekommen es ist nichts krasses die zone noch nicht geschafft und ich bin 19 19 im remix 10 ist nicht besonders weit aber ja ich spiele die spieler nicht jetzt die ganzen tag oder so das lohnt sich irgendwie nicht weil ich auch viel beschäftigt bin und so soll man den fahrzeichen block öffnen da waren drei todgeräte gibt es drin jetzt noch mal das bonus spiel spielen haben wir auch jedes mal immer so ein ticket holen und ein paar münzen münzen nicht so wichtig kannst du ja nicht in jedem moment holen also immer holen kostenlos und irgendwas dafür bezahlen wenn ich sonst was kaufen naja ich gehe immer oben lang weil ich hoffe dass irgendwann da oben mal drei sind meistens ist es nicht oben aber ich bleibe da oben weil ich habe es immer so festgelegt früher war früher auch einen alten account da war ich glaube ich ganz unten immer was immer oben jetzt immer unten oder irgendwo anders irgendwie fast nie oben ist echt krass das wollen die das irgendwie so ich habe jetzt alle also früge play die welt 1 komplett geschafft alle coins alle pinken lila und schwarzen münzen aus allen münzen aus dem level netz wird 11 bis wird 14 glaube ich heißt das ich habe schon überlegt ob ich mir jetzt die vollversion holen zum sonderpreis kostet glaube ich mit luigi wieder ich glaube nicht bin ich sicher 5 49 aber ich weiß nicht was mache ich denn jetzt ich weiß nicht ob ich jetzt mache weil ich es lohnt sich irgendwie nicht weil ich habe keinen nintendo account und wenn man hätte irgendwann kaputt geht und ich habe 5 49 ausgeben oder wieso das hat sich da irgendwie nicht so gelohnt weil ich bin im stück und ziemlich weit nicht nicht krass weit jetzt aber ich hätte der account jetzt wenn ich mein handy im account geht beim handy sind nicht so supergut unbedingt und ich glaube ich will den akku ist man sichern dann gebe ich erst geld aus dafür ich bin erstmal gegen den hier gegen japaner oder so keine ahnung da muss man sind intern account sich an das geht bei mir leider nicht weil man bekommt keine bestätigungskunde e-mail-interesse habe schon nachguckt hat er wenig geklappt irgendwie das ist immer so naja in anbuchs 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 öfter aber mein gegner ist jetzt nicht so schlecht was mache ich denn da viel schlechter bin ich auf jeden fall ich glaube die bin ich nicht der gegner scheint richtig gut zu sein muss aber nicht sein ort noch die dings da bekommen die fahne wie sich die lente in den kino den mario spielen wieso diesmal ist mitzunehmen ich lebe er den stern nicht bekommen heute auch bekommen sehr gut gemäßig ich habe jetzt gewonnen habe so und um 16 punkte gewonnen das war echt knapp habe ich am ende echt aufgeholt so was einkaufen können es hier in dem kleinen shop nein ich denke ich habe alles mindestens einmal was neu ist glaube ich nicht dazu gekommen wenn ich die vollversion holten kann alles mögliche freistellen habe ich auch überlegt wenn sie 545 549 war es glaube ich wirklich lohnen aber ich ich sicher erst mal mein account mache ich alles weitere das dass ich erst mal so ja so ich glaube die ausstellung gewesen sein mit dieser folge super mario an und dann sehen wir uns nächsten video ciao